Reise gehört ja zum Kern der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef sind von Nazareth auf Bethlehem gereist. Ich möchte heute über eine andere Reise reden in der Weihnachtszeit. Und zwar ist es eine innere Reise von Maria. Die Reise, die Maria innerlich gemacht hat. Und zwar in dem Moment, in dem ihr den Engel begegnet ist. Und ich möchte direkt in die Geschichte einsteigen. Das ist nämlich der Moment, in dem der Engel Gabriel zu Maria kommt. Maria und es heisst in der Bibel, wie die Maria reagiert hat. Wir sehen es hier vorne. Sie erschraubt zutiefst, als sie so angesprochen wurde. Also, wo die Überraschung zu Hause, so wie der Titel ist, wo der Engel Gabriel Maria überrascht hat zu Hause, ist sie tiefst verschrocken. Im Zusammenhang, so wie der Engel reagiert, auch wie es andere Übersetzungen nennt, merkt man, es ist nicht nur ein Verschrecken gewesen, sondern es ist auch eine Angst gewesen. Die hat Angst gehabt. Und darum ist der Startort von dieser inneren Reise von Maria, den wir heute anschauen, ist die Ortschaft Angst. Die Maria hat Angst gehabt. Jetzt, warum hat die Maria Angst gehabt? In Lukas 1 wird es ein bisschen näher beschrieben. Der Engel sagt dir, und ich tue das in seinen eigenen Worten formulieren, er sagt dir, du wirst ein Kind überkommen, Maria. Du bist von Gott aus der Welt. Du wirst ein Kind auf die Welt bringen. Und es soll Jesus heissen. Es wird der Retter der Welt sein. Maria, du bist es. Obwohl du nicht geheiratet bist, obwohl du noch Jungfrau bist, wird der Messias in deinem Bauch herwachsen. Und die Reaktion von Maria ist, sie hat Angst. Ich möchte mich noch gut daran erinnern, als Barbara herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Es war nicht ein Engel, der ihr das gesagt hat, sondern es war irgendwie ein Strich auf einem Schwangerschaftsstreifen, den ich weiss es auch nicht mehr, der dort hat, soll es sein oder egal. Auf jeden Fall, sie hat sich als Reaktion, sie hat sich mega gefreut. Gut, ihre Umstände waren schon ein bisschen anders als bei Maria, aber mir war es ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite, ja, habe ich mich schon auch gefreut. Aber auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, wie kommt das raus? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wenn da ein Schreihals die ganze Nacht immer durchschreit, was ist mit unseren gemütlichen, friedlichen Nächten und mit unserem Schlaf? Was ist, wenn da permanent immer jemand rum ist? Was ist mit meiner persönlichen Freiheiten? Was sind mit meinen Trainings? Mit meinen Gaming-Stunden? Was? Also die Angst vor dem Unbekannten, da mag ich mich schon daran erinnern. Ich glaube, die meisten Menschen haben Angst, wenn unbekannte neue Situationen da sind. Sachen, die wir noch nie erlebt haben, das gibt uns ein ungutes Gefühl. In der Antike, so die Kartografen, also die, die Karten gezeichnet haben, die haben es häufig so gemacht, dass sie ein Blatt genommen haben und so im Zentrum inne haben sie aufgezeichnet, was ihnen bekannt war. Also die bekannten Gebiete, die Gebiete, die untersucht wurden, wo man gewusst hat, wie was ungefähr aussieht. Und dann ist man aber irgendwann an den Kartenrand gekommen. Und der Kartenrand war dort, wo man es einfach nicht mehr so genau gewusst hat. Und mindestens eine Karte ist bekannt, wo der Text steht, «Hig sunt draconis». Also dort, wo es nicht mehr bekannt ist, dort sind Drachen. In anderen Karten wird es so gezeichnet, mit einfach Drachen gezeichnet. Also das Unbekannte, wo Angst macht, und man hat das Gefühl gehabt, dort sind Drachen. Das ist das Gebiet der Drachen. Der Engel, der stellt die Maria genau in diesem Gebiet ab. Die Maria ist in so einem Drachen-Territorium. Und darum ist ihre Reaktion, denke ich sehr verständlich, sie erschraubt zutiefst. Ich glaube, das ist ein Wort, dass wir immer wieder in solche Drachen-Territorien reinkommen. Das war in diesem Jahr so gewesen. Das wird nächstes Jahr so sein. Neue, unbekannte Situationen am Kartenrand, die wir noch nie erlebt haben. Eine neue Schule, eine neue Ausbildung, neue Arbeitsstelle, neue Wohnsituation, neue Familienkonstellationen, wenn jemand auf die Welt kommt, oder so wie wir es gehört haben, wenn jemand auch stirbt. Und das kann schon Angst machen vor dieser Veränderung. Das ist ein tiefes Wort, dass wir immer wieder in solche unbekannte Situationen eingestellt werden. Und natürlich, ganz direkt jetzt, mit dem Coronavirus, das ist ja so etwas Unbekanntes. Wir wissen nicht richtig, wie wir mit dem umgehen sollen. Von einem Tag auf den anderen sind wieder die Regeln komplett anders. Und es fällt uns schwer, uns zu orientieren. Was dürfen wir noch? Vielleicht noch fast eher, was sollen wir überhaupt noch? Wie wird das alles rauskommen? Wenn ich mit Leuten rede, merke ich, an den Christen, da ist eine Angst rum. Und wir würden vielleicht nicht sagen, eine Angst. Es ist ein bisschen Verunsicherung da. Wir bewegen uns am Kartenrand momentan und es ist uns sehr unbequem. Higsund Draconis. Das sind Drachen. Gehen wir zurück zu der Geschichte von Maria. Sie bleibt nicht an dem Ort, wo heisst Angst. Sondern sie geht weiter. Sie bleibt nicht an dem Ort, sondern sie redet mit dem Engel. Und der Engel sagt nachher, ganz am Schluss, wo Maria fragt, ja, wie soll dir das alles passieren? Der Engel sagt, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir, mit mir geschehen. ich will an diesem Punkt, von diesem Teil der Weihnachtsgeschichte kurz stehen bleiben. Weil das Ja, wo Maria am Engel entgegenrät, entgegenrät, kann man das sagen? Egal. Wo sie sagt, am Engel, das Ja, das war nicht durch eine glückliche Emotion, wie zum Beispiel bei Barbara, wo sie gemerkt hat, dass sie schwanger gewesen ist. Nicht eine glückliche Emotion, weil Maria gewusst hat, dass eine fröhliche Schwangerschaft bevorsteht, mit Freundinnen, die ihren dicken Bauch bewundern und die süße Babypartys für sie schmeissen. Nein, ganz im Gegenteil. Ihr Leben würde sich auf einen Schlag in einen Haufen Drama verändern, in ein grosses Getratje. Die Entscheidung, Gott zu vertrauen, würde lebensgefährlich werden für Maria. Eine Frau nämlich, genau, da möchte ich das noch kurz sagen, das ist der Schritt, den sie gemacht hat mit diesen Versen. Sie bleibt nicht bei der Angst stehen, sondern sie wechselt Richtung Vertrauen. Bei dieser Entscheidung, Gott zu vertrauen, das konnte für sie lebensgefährlich sein. Weil eine Frau, die in dieser Zeit hochschwanger wurde oder war, ohne dass sie heiraten hat, die hat man als Ehebrecherin angesehen und zu diesem Zeitpunkt hat Maria ja keine Ahnung gehabt, dass der Josef sich trotz allem hinter sie stellen würde. Der Neutestamentler, Scott McRyde, der beschreibt, mit was es Maria hätte rechnen müssen. In dieser Situation war es einfach so, dass in dieser Zeit Ehebrecherinnen, die an ihrer Unschuld festgehalten haben, also die gesagt haben, sie sind unschuldig, so wie es Maria bei der Maria der Fall wäre, die hat man an einen öffentlichen Platz gebracht, möglicherweise ein Tor in ihrer Stadt und man hat die Kleidung verrissen und ihre Haare hat man aufgemacht, so wie es die Prostituierten die Frisur getragen haben. Und man hat sie dort an dem öffentlichen Platz, hat man sie einfach so zurückgelassen, dass die Leute an ihr haben vorbeigehen und sie haben verspotten und es demütigen. Stell dir das mal vor, du wirst ausgesetzt irgendwo an einem öffentlichen Platz, an der Bushaltestelle, sie nehmen dir alle Kleider weg und deine Nachbarn, die du so gut kennst, laufen an dir vorbei und die verspotten dich. Mit dem hat Maria rechnen müssen, es wurde ein öffentliches Exempel statuiert mit solchen Personen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang, wie wir es uns vor Augen halten, gewinnt ein Wort, wo Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich vertraue dir. Das gehört ganz eine andere Bedeutung. Der Engel sagt, denn vorher, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Maria während der Engel das gesagt hat, oder nachdem der Engel das gesagt hat, dass ihre bekannte Geschichten durch den Kopf gekuscht sind. Wo genauso Menschen am Ort der Angst gewesen sind. Wo genauso Menschen am Kartenrand hergestellt worden sind von Gott. Und Gott dann gezeigt hat, dass er der Herr ist über die Drachengebiete. Beispielsweise Abraham, Mose, Josef, David. Alles Leute, die am Kartenrand gewesen sind und erlebt haben, dass Gott Eingriff hat und Gott sie bewahrt hat. Oder vielleicht auch die Geschichte von Maria durch den Kopf gegangen ist. Das sind direkte Vorfahren von Maria. Also Situationen, wo Gott bewiesen hat, dass er ganz speziell am Kartenrand, dort, wo unbekannte Gebiete sind, dass er dort im Griff hat. Und Maria sagt, okay, ich bin dabei. Ich rechne damit, dass du es auch in meiner Situation im Griff hast. Ich gehe mir ganz persönlich mit solchen Situationen um, wie wir in solchen Drachen Territorien stecken. in unserem Leben. Und ich denke ganz speziell auch mit der Corona Situation. Wie gehen wir mit der aktuellen Situation um? Wie sollen wir uns verhalten? Mir fällt es auf, bei mir und auch bei Leuten, die mit ihnen sprechen, dass wir Tendenzen haben, an dem Ort zu bleiben von der Angst. Dass wir stecken bleiben und uns nicht weiter bewegen. Wir tun so, wie wir am Unbekannten diesen Drachen hilflos ausgeliefert wären. Wie wenn das Unbekannte das letzte Wort hat. Und ganz speziell, wenn wir über Corona sprechen. Wir tun manchmal so, wie Corona das letzte Wort hat. Verstehen mich richtig? Ich finde es ganz wichtig zum jetzigen Zeitpunkt. dass wir vorsichtig sein müssen. Wir müssen unsere eigenen Pläne und unsere eigenen Wünsche momentan zurückstellen. Das ist wichtig. Wir können momentan uns nicht einfach so verhalten, wie wenn nach unserem eigenen Nasenspitz gehen. Wir müssen rücksichtsvoll sein. Und ich denke, wenn ich so rumschaufe, Corona deckt recht stark auf, wo das Egoisten sitzen. Das ist nötig, dass speziell die, die in der Risikogruppe sind, sich schützen. Natürlich. Und da müssen wir momentan einfach verzichten. Aus Solidarität anderen gegenüber. Aber, aber, es ist doch nicht so, dass Corona stärker wäre als unser Gott. Wir sind in den letzten Wochen immer wieder die Vers durch den Kopf gegangen, wo Jesus seinen Nachfolger mit auf den Weg gegeben hat, wo er in den Himmel gegangen ist. Wenn wir Mark 16, 17 bis Zeichen für die Jünger von Jesus, wo Jesus sagt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben, also die, die mit mir unterwegs sind, die, die mich ins Leben eingeladen haben, das sind die Zeichen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, wenn sie, Achtung, jetzt kommt es, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gedicht Gift trinken, also wenn sie tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Das sagt Jesus. Jesus sagt, es können euch tödliche Sachen passieren, aber ob es am Schluss das ist, was euch zu mir bringt, das bin immer noch ich, der das entscheidet. Über euren Leben bin ich der Chef. ich finde es so wichtig, dass wir nicht an dem Ort der Angst stecken bleiben, sondern dass wir uns von dem Engel sagen, von dem Engel Gabriel, für Gott ist nichts unmöglich und dass wir zum Ort des Vertrauen marschieren, dass wir Gott vertrauen, dass er in der ganzen Situation, dass er immer noch Herr ist über unserem Leben. Denn eigentlich ist der unbekannte Rand auf der Karte nicht der Ort der Drache, der Drache bestimmt, wo es lang geht, sondern es ist der Ort, wo Gott zu heim ist und wo er ganz speziell eindrücklich wirkt. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Aber es scheint mir wichtig, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Dass unser Glauben an Corona nicht stärker ist, als unser Glauben an Gott, schliessen mit einer weihnachtlichen Geschichte. Also eigentlich ist es eine weihnachtliche Begebenheit. Vor ein paar Jahren hat Lee Strobel als Journalist für die Chicago Tribune gearbeitet. Er hat einen Auftrag bekommen, einen Bericht zu schreiben über eine sehr arme Familie, wie man in ihrer Armut in der Vorweihnachtszeit damit umgeht. Lee Strobel war zu diesem Zeitpunkt Atheist und als er die Familie kennengelernt hat, war er total überrascht über die Haltung von ihnen. Trotz ihrer Armut, trotz ihrer schwierigen Umstände. Zu dieser Familie Delgado haben drei Personen gehört. Es ist die 60-jährige Perfekta und ihre Enkelinnen Lydia und Jenny. Sie mussten wegen einem Brand ihr Miethaus verlassen, das schon zu dem Zeitpunkt mit Kakkerlaken befallen war. Sie mussten in eine winzige Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen. Als Lee Strobel reinkam in die Wohnung konnte, konnte er nicht glauben, wie leer das war. Es gab keine Möbel, keine Teppiche, nichts an der Wände, nur einen kleinen Küchentisch mit einer Lidia und die 13-Jährige Jenny haben ein kurzärmeliges Kleid gesessen und einen dünnen grauen Pulli teilt. Wenn sie durch die bisschen Kälte mussten zu ihrer Schule gehen, hat Lydia auf der ersten Hälfte des Pullis getragen und dann haben sie gewechselt. Jenny durfte übernehmen und so sind sie in die Schule gelaufen. Trotz ihrer Armut hat die Perfekta ganz zuversichtlich über den Glauben an Jesus gesprochen. Sie war überzeugt, dass er Jesus sie nicht verlassen hat. Und das ist interessant, als der Least Trouble dort war, hat er nie Verzweiflung oder Selbstmitleid gespürt in dieser Familie. Ganz auf die andere Seite, als er dort war, hat er ein feines Gefühl von Hoffnung und Frieden wahrgenommen. Trouble hat seinen Artikel fertig verfasst und ging zu angenehmeren Aufgaben über. An einem Tag vor Heilig Gabe ist er in seinen Gedanken nochmals zu dem Bericht und zu der Familie Delgado gewandert. Ihr unerschütterlich Glauben an die Fürsorge von Gott hat ihn zurück geholt. Er schreibt rückblickend Ich rang weiter mit der Ironie der Situation. Hier war eine Familie, die nichts als Glauben hatte. Und dennoch scheinen sie glücklich. Während ich alles hatte, was ich materiell brauchte, aber keinen Glauben, innerlich fühlte ich mich leer wie ihre Wohnung. Er vergleicht sein Leben und merkt, die haben zwar nichts, aber gleichzeitig alles. Und ich habe alles und es ist bei meinem Leben so leer wie ihre Wohnung. Und er so darüber nach studiert hat, hat er entschieden, dass er die Familie Strouble noch besucht. Nicht Strouble natürlich, sondern Elgadu, dass Strouble sie besucht. Und als er angekommen ist, war er total erstaunt, was er dort gesehen hat. Weil viele Leser haben die Artikel gelesen und reagiert und haben die Familie zugedeckt mit Spenden. Als er in die Wohnung kam, hat er neue Möbel, neue Geräte, Teppich entdeckt, einen grossen Weihnachtsbaum, einen grossen Stapel mit verpackten Geschenken, Taschen mit Lebensmitteln, eine Auswahl, eine grosse Auswahl an warmer Winterkleidern, die Leser haben sogar grosszügig Geld gespendet. Gott hat geschaut. Aber es waren nicht Geschenke, die Lise Strouble schockiert haben, sondern es ist die Antwort auf die Geschenke der Familie. Als er in die Wohnung kam, waren sie gerade dran, etliche von diesen Geschenken zum Weiterschenken vorzubereiten. Als ich Perfekta, sagte Lise Strouble rückblickend, nach dem Grundfragte, antwortete sie mit gebrochenem Englisch, unsere Nachbarn sind immer noch in Not. Wir können nicht so viel haben, während sie nichts haben. Jesus möchte, dass wir das tun. Und er sagte, das hat mich umgehauen. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben in ihrer Position gewesen wäre, hätte ich alles gehortet. Er hat Perfekta gefragt, was haltest du von der Grosszügigkeit von all den Leuten, die dir Sachen geschickt haben. Und was sie geantwortet hat, hat sie überrascht. Sie hat gesagt, das ist wunderbar, das ist sehr gut, wir haben nichts gemacht von das, es ist ein Geschenk von Gott. Aber, hat sie dann noch gesagt, es ist nicht sein grösster Geschenk. Nein, das feiern wir morgen. Es ist Jesus. Für sie ist das Geschenk in der Krippe, das unverdienter Geschenk, das alles für sie bedeutet, mehr als die Päckchen, mehr als materielle Besetztümer, mehr als Komfort und mehr als Sicherheit. Und in diesem Moment, sagt er, in diesem Moment, wollte etwas in mir diesen Jesus unbedingt kennenlernen. Sie hatten trotz Armut Frieden, während ich trotz allem, was ich besass, viel Angst hatte. Seid ihr, ich wohne in der Angst. Sie kannten die Freude der Grosszügigkeit, ich nur die Einsamkeit des Hortens. Sie schauten hoffnungsvoll himmelwärts, während ich mich nur auf mich selbst konzentrierte. Ich sehnte mich nach dem, was sie hatten, oder genauer gesagt, nach dem, den sie kannten. Und das war ein wesentlicher Anstoss für Elise Trouble, zum den christlichen Glauben auszukundschaften, sich auf die Suche nach dem Jesus zu machen. Er hat umfangreiche Recherchen unternahm, hat das zusammengefasst, in zwei Brillante Bücher, und später, ein Zeitli später, hat er selber den Ort gewechselt, ganz persönlich, von der Angst über ihn zum Vertrauen. Er ist Christ geworden, hat Jesus sein Leben eingeladen und hat das erlebt, dass es in seinem Leben all den Frieden gegeben hat. Ich finde die Geschichte eindrücklich, weil sie zeigt, es spielt gar keine Rolle, was für Umstände wir haben, an diesem Ort zu sein. Es spielt gar keine Rolle, ob wir viel haben, oder wenige, ob wir alt sind, oder jung, wie unser Gesundheitszustand ist. die Predigt soll wirklich eine Einladung sein für dich. Und zwar eine Reise zu machen. Die Reise von Maria, von Angst, von Unsicherheit, von Zweifel zum Vertrauen. Die Reise innerlich zu sagen, so wie Maria, ich vertraue dir. Es ist eine Einladung zu dem unerschütterlichen Glauben. In allen Unsicherheiten, in allen Ängsten, die wir sind, sagen, Gott, ich vertraue dir. Wo du stehst, wo du wohnst momentan, das kannst du du selber herausfinden. Ich möchte gerne, wir uns ein paar Sekunden Zeit nehmen, wo du auch selber prüfen bei dir, in deinem Leben. Wo bist du momentan zu heim? Bist du eher da in der Ortschaft der Angst? Oder ist es Ort Vertrauen? Die Einladung ist, bleib nicht einfach an dem Ort stehen. Und wenn es dir vielleicht schwieriger fällt, wie mir, dass die manchmal im Vertrauen immer wieder so richtig Angst ziehen, denke ich, ist es für uns ganz wichtig und ganz nötig, dass wir immer wieder ganz bewusst an den Ort vom Vertrauen herzustehen und sagen, Gott, ich vertraue dir. so wie du möchtest, soll es passieren. Ich lasse dich ein, im Moment ruhig zu werden, dir Frage stellen, wer regiert in meinem Leben? Ist es Angst? Angst vor Corona, Angst vor Zukunft, Angst irgendetwas? Oder ist es Gott? Ist es Vertrauen in den Gott, in den entlegensten Gebieten, die andere das Gefühl haben, da sind nur noch Drachen zuhause, die sie zuhause nennen. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass wir Weihnachten feiern können und dass wir uns ganz speziell in den kommenden Tagen daran erinnern, dass du uns nicht einfach in den Drachengebieten allein gelassen hast, sondern Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, dass wir nicht allein sind, dass du eben gerade bei uns bist. Und ich bitte, dass du uns die Augen aufmachst, wo wir an dem Ort der Angst wohnen und wo du uns rausrufst, dir zu vertrauen, blindes Vertrauen, zu rechnen, dass du es im Griff hast, dass wir nicht naiv sind in allen Minnen, überhaupt nicht, dass wir vorsichtig sind in den nächsten Tagen, dass wir uns zurücknehmen, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und gleichzeitig aber dort, wo wir merken, dass du uns rausrufst, dass wir mit dir gehen, dass wir mutig sein. Amen.